Warum sich unsere Schulen nicht verändern werden, bevor nicht wir selbst uns verändert haben? Unsere Schulen sind ein Abbild unserer Gesellschaft. Jede Gesellschaft hat deshalb die Schulen, die zu ihr passen. Eine Gesellschaft können wir nicht verändern. Aber da jeder von uns Teil dieser Gesellschaft ist, kann jeder Einzelne von uns sich selbst verändern, wenn er das möchte. Und wenn dies genügend viele Menschen möchten, werden wir in einer neuen Gesellschaft leben und auch neue Schulen haben. Und da ich gerne in einer neuen Gesellschaft leben möchte und für unsere Kinder auch gerne neue Schulen hätte, versuche ich dir in dieser Präsentation aufzuzeigen, weshalb wir aus meiner Sicht die Schulen haben, die wir haben und wie Schulen aussehen könnten, die ich gerne hätte. Historisch betrachtet haben unsere Schulen drei Elternteile. Erstens die Kirche, zweitens das Militär bzw. die Industrialisierung und drittens die Theorie der Intelligenz. Von der Kirche haben wir eine Belehrungskultur. Das Motto lautet, wir wissen, was wichtig und richtig ist. Fehler sind nicht erwünscht, sie werden zumindest tot angestrichen und man bekommt eine schlechte Note. Vom Militär und der Industrialisierung haben wir das Motto Gleichschritt Marsch. In der Schule sind dies dann die sieben Gs, welche lauten, alle gleichaltrigen Schüler haben zum gleichen Zeitpunkt beim gleichen Lehrer im gleichen Raum mit den gleichen Mitteln das gleiche Ziel gut zu erreichen. Und von der Theorie der Intelligenz haben wir die Vorstellung, dass es intelligentere und weniger intelligente Menschen gibt. Dies führt seit über 100 Jahren dazu, dass Schulen Selektionsorganisationen sind und wir in einer Klassengesellschaft leben. Und da dieser dritte Elternteil meines Erachtens der dominanteste ist, weshalb wir diese Gesellschaft und dieses Schulsystem haben und dieser Elternteil nach meiner Vermutung den meisten Menschen als quasi naturgegeben erscheint und sie deshalb keine Veränderungsmöglichkeit sehen, möchte ich in dieser Präsentation meinen Schwerpunkt auf diesen dritten Elternteil lenken. Denn er ist meines Erachtens nicht nur falsch, er erzeugt auch grosses Leid, wie ich dir gleich zu zeigen versuche. Die Theorie der Intelligenz besagt, dass Intelligenz ein Persönlichkeitsmerkmal ist, grob verallgemeinert die problemlöse Fähigkeit eines Menschen. Jeder Mensch hat eine bestimmte Anzahl davon, einige mehr, andere weniger. Mit spezifischen Tests können wir die Intelligenz nährungsweise messen und alle Menschen gemeinsam bilden eine Normalverteilung ab. 50% der Menschen gelten dann als überdurchschnittlich intelligent, die anderen 50% als unterdurchschnittlich intelligent bzw. als etwas dümmer. Diese Theorie führt deshalb dazu, dass die verbreitete Meinung vorherrscht, dass es leistungsfähigere und weniger leistungsfähige Menschen gibt und deshalb gibt es dann auch wertvollere und weniger wertvolle Fächer und Berufe. In der Literatur klingt dies dann zum Beispiel so, wie im Buch Intelligenz, Grosse Unterschiede und ihre Folgen, der ETH-Professorin Elsbeth Stern. In einer Wissens- und Informationsgesellschaft muss es darum gehen, die Intelligentesten für ein anspruchsvolles Universitätsstudium auszuwählen und vorzubereiten. Dies erfordert einen anderen Fächerkanon und andere Lernziele als die Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit, welche kein Universitätsstudium voraussetzt. Versteht man die Universität als einen Ort, an dem Menschen mit besonders guten intellektuellen Voraussetzungen sich eigenständig Wissen aneignen, dass sie für eine verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet, geht der wünschenswerte Anteil an Universitätsabsolventen eher in Richtung 20 als 50 Prozent. Die Intelligentesten müssen also für ein Universitätsstudium ausgesucht werden und dies sollten etwa 20 Prozent sein. Sie schreibt zusätzlich. In der heutigen Arbeitswelt setzt der überwiegende Teil der Berufe, die mit Verantwortung und Entscheidungsspielräumen einhergehen, eine universitäre Bildung voraus. Ein Grund dafür, dass ein Land mit einer so geringen Akademikerquote wirtschaftlich so erfolgreich sein kann, dürfte sein, dass es im Bedarfsfalle problemlos Akademiker aus den angrenzenden Ländern holen kann. Diese 20 Prozent Intelligentesten haben nach dieser Theorie dann Entscheidungsspielräume und übernehmen die Verantwortung. Sie sind sogar für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. Sie schreibt zusätzlich. Menschen, die mehr hätten leisten können, wenn sie bessere Bedingungen gehabt hätten, sind ein Stachel im Fleisch jeder modernen, demokratischen Gesellschaft, die sich meritokratisch, also leistungsorientierten Prinzipien verschrieben hat und sich damit von egalitären Gesellschaften abgrenzt. Das Ansehen und die Position, die eine Person in einer Gesellschaft erreichen kann, sollte ihrem geistigen Potenzial entsprechen. Und so muss diesen Leistungsträgern dann auch die entsprechende Ehrerbietung zukommen. Und wenn wir herausfinden möchten, wo wir diese Leistungsträger finden, schlägt Frau Stern folgendes vor. Einen Eindruck von der geistigen Kompetenz dieser Gruppe von Begabten gewinnt man wohl am besten, indem man den Durchschnitts-IQ verschiedener Berufsgruppen daraufhin betrachtet, in welchen Sparten er unter 115 liegt, in welchen er genau diesem Wert entspricht und in welchen er höher als 115 ist. Und so führt sie dann eine Liste von 48 Berufen nach IQ-Werten sortiert auf, aus zwei Studien zusammengetragen. Eine kürzere Liste von Berufen nach IQ-Werten sortiert aus einer dieser Studien benutzt auch der Wissenschaftsjournalist Dieter E. Zimmer in seinem Buch ist Intelligenz erblich eine Klarstellung und er leitet sie wie folgt ein. In der Gesellschaftspyramide wird die Streuung des IQ nach unten hin immer breiter. In den unteren Sozialschichten sind Menschen mit allen möglichen IQs zu finden. Oben, bei den akademischen Berufen, ist die Streuung geringer. Der IQ wirkt also als eine Art Schwelle oder Transistor. Nach unten lässt er alle durch, nach oben aber nur die mit einem ausreichend hohen IQ. Da der Zusammenhang zwischen IQ und Berufserfolg in mindestens einem deutschen Lehrbuch der pädagogischen Psychologie rundheraus bestritten wurde, soll er hier doppelt und dreifach belegt werden. Und zwar durch Daten nicht aus dem psychologischen Seminar, sondern aus der Arbeitswelt, die kein Nährboden für Illusionen ist. Nach seiner Vorstellung sehen wir hier nun also Berufserfolg. Und so stellen diese Berufe nach seiner Vorstellung anscheinend Berufsmisserfolg bzw. Berufsversagen dar. Hätten wir nach dieser Theorie also keine Berufsversager, würden wir in einer farblosen Welt leben. Wir müssten uns die Haare selbst schneiden. Wir hätten keine Heizung und unsere Scheisse müssten wir in Eimern in den Garten tragen und dort in einem Erdloch verbuddeln. Wir hätten auch kein Dach über dem Kopf und müssten nackt herumlaufen, da niemand für uns Kleider näht. Aber all das wäre sowieso nur für wenige Tage relevant. Denn in Kürze wären wir verhungert, da niemand für uns Nahrung anpflanzt und sie für uns erntet. Und Dieter E. Zimmer schreibt tatsächlich, dass diese Daten keinen Nährboden für Illusionen darstellen können. Nun, offensichtlich schon und er selbst wie auch viele andere Menschen sind leider dieser Illusion verfallen. Diese Theorie der Intelligenz ist meines Erachtens nicht nur berufsverachtend, sie ist auch menschenverachtend und dazu auch noch falsch, was ich dir gleich versuchen werde aufzuzeigen. Aber leider prägt diese Theorie unsere Schulen seit über 100 Jahren weltweit. So haben unsere Schulen die Aufgabe erhalten, unsere Kinder zu selektionieren, damit jedes erkennt und niemals vergisst, wo sein Platz in der Pyramide ist. Und so müssen alle unsere Kinder durch das gleiche Standardprogramm und die gleichen Standardtests hindurch, weil wir der Ansicht sind, dass dies fair und sinnvoll sei. Dies erzeugt dann glückliche Gewinner. Diese gelten dann als Leistungsträger, wie von Frau Stern beschrieben. Sie dürfen sich dann intelligent nennen und werden oft auch etwas überheblich. Und es erzeugt unglückliche Verlierer. Die gelten dann als Minderleister, werden oft als etwas dümmlich betrachtet und entwickeln deshalb oft einen schlechten Selbstwert. Eine erste Selektion machen wir in A- und B-Schüler, danach in Gymnasiasten oder Berufsschüler. Später heissen sie dann Akademiker oder Handwerker. Und dies führt dann zu so berufsverachtenden Ranglisten. Und dies wiederum verfestigt unsere Klassengesellschaft, unser Pyramidendenken. Schuld an dieser Misere sind aber nicht unsere Schulen und auch nicht unsere Gesellschaft oder Menschen wie Frau Stern oder Herr Zimmer. Schuldig ist einzig diese menschenverachtende Theorie der Intelligenz. Sie ist meines Erachtens die Ursache unserer Klassengesellschaft und aus diesem Denken heraus haben sich unsere Schulen entwickelt. Und leider sind viele Menschen Gefangene oder Opfer dieser falschen und leidbringenden Theorie. Zum Glück trägt aber jeder Mensch ganz viele Theorien mit sich rum. Und jeder von uns kann sich von einer Theorie loslösen, wenn er diese als falsch erkennt, ohne dass er sich von seinem Menschsein loslösen muss. Und wir können uns gegenseitig dabei helfen, falsche Ideen zu erkennen, indem wir die Ideen kritisieren, ohne dass wir dazu Menschen kritisieren müssen. Und das versuche ich nun zu machen. Das Einzige, was die alte Theorie meines Erachtens verstanden hat, ist, dass Intelligenz etwas mit Problemlösen zu tun hat. Was sie hingegen nicht verstanden hat, ist, was Probleme sind. Und deshalb weiss diese Theorie auch nicht, was Intelligenz ist und wo wir Intelligenz finden. Die Theorie, die ich dir gleich vorstellen möchte, liefert auf diese drei Fragen nach meiner Einschätzung überzeugendere Antworten und deshalb ist sie richtiger und dazu auch noch wohlerzeugend. Aber dies ist natürlich nur meine Meinung. Ob du zur selben Einschätzung kommst, kannst nur du abwägen. Was sind also Probleme? Probleme entstanden auf der Erde erst, als Bedeutung in die Welt kam, wenn also nicht alles gleichgültig ist. Und damit nicht alles gleichgültig ist, muss Empfindsamkeit vorhanden sein, also die Unterscheidung von Freud und Leid, von Wohl und Wehe. Diese Empfindsamkeit kam erst mit der Entstehung des Lebens in die Welt. Wir können auch von Bedürfnissen sprechen. Erst als Bedürfnisse vorhanden waren, entstanden Probleme. Nur Leben hat Bedürfnisse und deshalb hat Leben auch Probleme. Ein Stein zum Beispiel hat sehr wahrscheinlich keine Bedürfnisse und deshalb hat ein Stein auch keine Probleme. Wir Menschen sind aber Leben und deshalb haben wir Bedürfnisse und somit haben wir auch Probleme. Das Problem von uns Menschen und auch allen anderen Lebewesen ist es, seine Bedürfnisse zu befriedigen, Wohl zu erhöhen und Leid zu verringern. Man kann auch sagen, wir alle sind einzigartiges Leben, das sich entfalten möchte, inmitten von einzigartigem Leben, das sich entfalten möchte. Wenn wir uns deshalb fragen, was Intelligenz ist, dann folgt daraus, dass Intelligenz nicht die problemlöse Fähigkeit ist, sondern die konkrete Problemlösung, also das Erzeugen von Wohl. Man kann sagen, Intelligenz ist die Förderung der Entfaltung des Lebens und Dummheit ist das Gegenteil, das Erzeugen von Leid, also die Unterdrückung der Entfaltung des Lebens. Intelligenz finden wir deshalb auch nicht in einem Persönlichkeitsmerkmal. Intelligenz ist ein Merkmal einer Idee oder Handlung, wenn diese das Leben fördert. Und Dummheit finden wir in Ideen und Handlungen, wenn diese das Leben unterdrücken, also Leid erzeugen. Es ist deshalb meines Erachtens falsch, von intelligenten oder dummen Menschen zu sprechen. Es ist aber richtig, von intelligenten, wohlfördernden und dummen, Leid erzeugenden Ideen und Handlungen zu sprechen. Denn für empfindsame Wesen wie uns selbst ist sehr vieles nicht relativ, sondern ganz konkret besser oder schlechter, also wohl- oder leiderzeugend. Die alte Theorie antwortet auf die Frage, was Probleme seien, mit der Antwort, dass Probleme alles Mögliche sein können, zum Beispiel IQ-Tests lösen, oder der Versuch, andere Menschen zu täuschen, oder auch Bomben zu bauen. Auch die Theorie der multiplen Intelligenz ist da nicht besser. Die neue Theorie sieht Probleme als Umstände, welche die Entfaltung des Lebens verhindern. Auf die Frage, was Intelligenz ist, antwortet die alte Theorie, dass dies ein Merkmal einer Person ist, zum Beispiel, wenn sie einen bestimmten Test besser abschneidet. Die neue Theorie dagegen sieht Intelligenz als ein Merkmal einer Idee oder Handlung, wenn sie die Entfaltung des Lebens fördert. Und auf die Frage, wo wir Intelligenz finden, sagt die alte Theorie, dass wir diese in Menschen finden. Und so teilt sie Menschen in intelligentere und dümmere ein. Die neue Theorie findet Intelligenz hingegen in Ideen und Handlungen, wenn diese wohl erzeugen. Es gibt deshalb aus dieser Sicht keine intelligenten und dummen Menschen mehr, sondern nur noch intelligente und dumme Handlungen. Und jeder Mensch kann intelligent, wohlfördernd handeln. Und jeder Mensch handelt selbstverständlich ab und zu auch dumm, also leiderzeugend. Während die alte Theorie die Frage stellt, wer ist intelligent und uns Menschen unter einer Normalverteilungskurve einsortiert, fordert uns die neue Theorie dazu auf, uns die Frage zu stellen, wie wir immer öfters intelligent, wohlfördernd handeln können. Und da wir erkannt haben, dass nicht nur wir selbst Bedürfnisse haben, sondern auch alle anderen Menschen und auch alle anderen Tiere, versuchen wir nach dieser Theorie so zu handeln, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen können, ohne den Bedürfnissen anderer damit im Weg zu stehen. Und wir fragen uns zusätzlich, wie wir handeln können, damit auch möglichst viele andere Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können und auch unsere tierischen Verwandten, die ihrem Wesen entsprechenden Bedürfnisse befriedigen können. Und auch wenn es offensichtlich ist, dass dies oft ein äusserst komplexes und schwieriges Unterfangen ist und wir uns nie ganz sicher sein können, dass unsere Handlungen tatsächlich mehr Wohl als Wehe auslösen, geben wir trotzdem nicht auf und sehen darin ein Ziel, für das es sich zu denken, zu diskutieren und zu leben lohnt. Wie die wissenschaftliche Methode sich der Wahrheit immer näher annähern kann, mit der Einsicht, dass wir uns nie ganz sicher sein können, versucht die neue Theorie der Intelligenz sich dem grösstmöglichen Wohl aller immer näher anzunähern. Wir irren uns empor durch Versuch und Irrtum, intelligentere Versuche und weniger dumme Irrtümer und so weiter, mit dem Ziel einer besseren Welt. Die alte, menschenverachtende Theorie sortiert uns in einer Pyramide in 20% Gewinner und 80% Verlierer. Die neue, menschenliebende Theorie hat jeden Einzelnen von uns als 100% einzigartig erkannt. Obwohl wir in unserem Menschsein eins sind, wir also zur selben Familie gehören, hat jeder von uns unterschiedliche Leidenschaften, Interessen und Talente. Und diese Vielfalt macht uns Menschen so unglaublich stark, wenn wir es schaffen, zusammenzuarbeiten. Die neue Theorie hat deshalb erkannt, dass wir Menschen nicht so stark geworden sind, weil wir eine kleine Gruppe vermeintlich intelligenter Menschen unter uns haben, sondern weil wir eine so grosse Gruppe an einzigartigen Menschen sind und jeder von uns mithilft, unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten und fortlaufend lebensfreundlicher zu gestalten. Wir machen deshalb keine Hierarchien mehr unter Menschen oder Berufen und arbeiten im Team zusammen. Während uns die alte Theorie unter einer Bellkurve einsortiert, versuchen wir in der neuen Theorie gemeinsam eine Bellkurve, eine Wohlergehenskurve zu gestalten, in dem jeder von uns versucht, jeden Tag einige intelligente, wohlfördernde Handlungen mehr und einige dumme, leidbringende Handlungen weniger zu gestalten. Dies ist kein einfacher Prozess. Und so haben wir Verständnis mit uns selbst und unseren Mitmenschen, wenn wir erkennen, dass wir es wieder einmal nicht geschafft haben. Wir sehen aber auch, wie weit es unsere Eltern und Großeltern und deren Eltern und Großeltern schon gebracht haben und verlieren deshalb nicht den Mut und die Hoffnung, wie weit wir selbst es noch bringen können und geben unser Bestes, die Arbeit unserer Vorfahren weiterzuführen. Eine Welt, in welcher jeder Mensch in den Genuss von Menschenrechten kommt, in welcher kein Kind mehr hungern muss und in welcher wir nicht nur unseren Nächsten, sondern auch unseren Fernsten lieben können, ist möglich, wenn wir Liebe als das unbedingte Interesse an der Entfaltung des Lebens verstehen, solange diese Entfaltung nicht auf Kosten anderer geht. Und auf der Suche nach intelligenten Ideen und Handlungen können wir gemeinsam diesem Ziel einer besseren, intelligenteren Welt immer näher kommen. Während uns die alte Theorie in ein Gegeneinander und eine Klassengesellschaft geführt hat, wird uns die neue Theorie hoffentlich in ein Miteinander führen und zur Erkenntnis, dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt. Und wenn wir dies erkannt haben, wird nicht nur unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben anders aussehen, sondern auch unsere Schulen. Diese heissen dann auch nicht mehr Schulen, sondern beispielsweise Basislager der Potenzialentfaltung. In einem solchen Basislager wird es dann auch nicht mehr darum gehen, Stoff zu vermitteln und Schülern ihren Platz in der Pyramide zuzuweisen. In ihnen wird eine Forscherkultur herrschen und wir gehen der Frage nach, wie wir gemeinsam immer öfters intelligent handeln können. Dazu geben wir aber jedem Kind auch genügend Zeit, sich die Frage zu stellen, wer bin ich, was macht meine Einzigartigkeit aus, welche Interessen habe ich und wie kann ich mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen bereichern. Denn in einem Basislager haben wir erkannt, dass jedes unserer Kinder seine eigene, einzigartige Lebensexpedition vor sich hat und es die vielen Hindernisse, welche es antreffen wird, besser bewältigen wird, wenn es einen starken Selbstwert hat. Wir werden deshalb all unsere Kräfte darauf richten, das Gelingen zu organisieren und nicht mehr das Misslingen zu dokumentieren, wie es in den heutigen Schulen leider noch viel zu oft der Fall ist. Wir werden unsere Kinder als einzigartig erkannt haben und ihnen gleichzeitig aufzeigen, dass wir unglaublich viel stärker sind, wenn wir im Team zusammenarbeiten, als wenn wir gegeneinander um einen Platz in der Pyramide kämpfen. Ich hoffe sehr, dass wir bald vom Gegeneinander zum Miteinander wechseln. Eine Welt, in welcher wir zum Team Mensch zusammenfinden. Ganz egal, welche Interessen, Talente, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Nationalität und vieles mehr du hast oder du dir selbst zuschreibst. Eine Welt, in der wir uns in unserem Menschsein eins fühlen und trotzdem jeden von uns als einzigartig erkannt haben. Und so frage ich dich, möchtest auch du diesen Wandel? Falls ja, könntest du mir sehr helfen, indem du dieses Video mit deinen Freunden teilst und dann wird vielleicht eines Tages aus einem dir und mir ein wir. Und auch wenn ich und vielleicht auch du unsere offizielle Schulzeit bereits hinter uns haben, schaffen wir es vielleicht mit vereinten Kräften, dass unsere Kinder in Schulen heranwachsen dürfen, welche sie in ihrer Einzigartigkeit erkannt haben und sie dann auch in dieser Einzigartigkeit begleiten. Ich wünsche es Ihnen und auch uns so fest. Danke.